Wie viel Fleisch wurde früher gegessen? Wie sprechen Kühe? Wie viele Tiere werden jährlich geschlachtet? Wie viele Tiere sterben unnötig? Und wie viel Fleisch ist wirklich bio? Welche Tiere essen wir? Wie viel Wasser steckt in unserer Nahrung? Wie lange lebt ein Masthuhn? Und was ist besser, Stall oder Wiese? Wusstet ihr, dass heutzutage viele Menschen bis zu dreimal am Tag Fleisch essen? Wusstet ihr, dass wirklich super wenig Bio-Fleisch gekauft wird oder gegessen wird und super viel Fleisch weggeschmissen wird? Wusstet ihr, dass Fleisch ganz viel mit Artensterben zu tun hat? Wusstet ihr, dass Fleisch essen ganz viel mit unserem Klima zu tun hat? Wenn ihr also wissen wollt, was unser Fleischkonsum mit dem Klima zu tun hat, dann schaut bei Tiere, Fleisch und ich rein. Dort werden auf jeder Seite Zahlen, Fakten und Zusammenhänge erklärt. Und nicht vergessen, geht am 24. Mai auf die große Fridays for Future Klima Demo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.